Kapitel 6 Stadt der Asche Letztendlich versah Isabelle Clary nur mit zwei Malen, jeweils eins auf dem Rücken jeder Hand. Bei der einen Rune handelte es sich um das weit aufgesperrte Auge, das die Hand jedes Schattenjägers zierte. Das andere Mal setzte sich aus zwei gekreuzten Sicheln zusammen. Isabelle erklärte ihr, dies sei eine Schutzruhne. Beide Runen brannten, als die Stähle Clarys Haut berührte, doch der Schmerz schließt schnell nach, während Clary, Isabelle und Alec in einem schwarzen, unlizenzierten Taxi Richtung Downtown fuhren. Als sie die Second Avenue erreichten und ausstiegen, fühlte sich Clary's Hände und Arme so leicht an, als würden sie Schwimmflügeln in einem Swimmingpool tragen. Schweigend gingen sie unter dem eisernen Torbogen hindurch, hinter dem der Marmorfriedhof lag. Bei Clary's letztem Besuch dieser kleinen begreiften Stätte war sie Bruder Jeremiah hastig gefolgt und hatte sich kaum umsehen können. Nun las sie zum ersten Mal die vielen Namen, die in den Marmorwänden eingemeißelt waren. Youngblood, Fairchild, Trashcross, Nightwine, Ravenscar. Neben den Namen standen unterschiedliche Runen. Jede Schattenjägerfamilie besaß ihr eigenes Symbol. Das der Waylands zeigte einen Schmiedehammer, die Lightwoods führten eine Fackel im Wappen und ein Stern symbolisierte die Familie Morgenstern. Gras wucherte über dem Sockel der Engelstatue in der Mitte des Friedhofs. Die Augen des Engels waren geschlossen, in seinen schlanken Händen hielt er ein Pokal, eine Reproduktion des Kechs der Engel. Sein steinernes, mit Schmutz und moosüberzogenes Gesicht wirkte ausdruckslos. Als ich das letzte Mal hier war, hat Bruder Jeremiah eine Rune auf dem Sockel der Statue nachgezeichnet, um den Eingang zur Stadt der Stille zu öffnen, sagte Clary. Ich möchte ungern eine der Runen der stillen Brüder verwenden, erwiderte Alec mit grimmiger Miene. Eigentlich hätten sie unsere Anwesenheit längst bemerken müssen. Allmählich mache ich mir wirklich Sorgen. Er nahm einen Dolch aus seinem Gürtel und zog die scharfe Klinge quer über seine Handinnenfläche. Blut quoll aus der flachen Schnittwunde. Alec ballte seine Hand über dem Engelskech zu einer Faust und ließ sein Blut hineintropfen. Das Blut der Nephilim, sagte er, das müsste eigentlich als Schlüssel reichen. Und tatsächlich flogen die Lider der Engelstatue sofort auf. Ein Moment lang erwartete Clary fast zwei Augen zwischen den Furchen des weißen Marmos funkeln zu sehen, doch hinter den Lidern befand sich nur ein weiteres Gestein. Eine Sekunde später teilte sich das Gras zu Füßen des Engels. Eine gekrümmte schwarze Linie bildete sich im Boden und führte in schlangenartigen Bewegungen von der Statue fort. Hastig sprang Clary einen Schritt zurück, als vor ihren Füßen ein dunkles Loch zum Vorschein kam. Vorsichtig schaute sie hinein. Stufen aus Granit führten in die Tiefe. Bei ihrem letzten Besuch war die Treppe von Fackeln beleuchtet gewesen, doch jetzt starrte sie in einen gähnenden schwarzen Abgrund. Irgendetwas stimmt hier nicht, sagte Clary. Weder Isabelle noch Alec schien ihr widersprechen zu wollen. Clary nahm den Elbenlichtstein, den Jace ihr geschenkt hatte, aus der Tasche und hielt ihn hoch. Licht brach aus dem Gestein hervor, strahlte zwischen ihren gespreizten Fingern hindurch in alle Richtungen. Dann mal los. Alec schob sich vor sie. Ich gehe als erster, dann kommst du und Isabelle bildet die Nachhut. Langsam stiegen sie die Treppe hinab. Angestrengt versuchte Clary, das Gleichgewicht zu halten, da ihre feuchten Stiefelsohlen auf den durch jahrelang Gebrauch ausgetretenen Stufen immer wieder ausrutschten. Am Fuß der Treppe befand sich ein enger Tunnelabschnitt, der sich bald zu einer riesigen Höhle öffnete, mit endlosen Reihen hoher Marmorbögen, die mit Halbedelsteinen besetzt waren. Aus den Schatten tauchten zahlreiche Mausoleen auf, wie Pilzhäuser in einem Märchen. Dagegen verschmolzen die weiter entfernten liegenden Gräber mit der Dunkelheit. Das Elbenlicht reichte nicht aus, die gesamte Höhle zu erhellen. Nachdenklich betrachtete Alec die endlosen Grabreihen. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Stadt der Stille jemals betreten würde, sagte er, nicht einmal nach meinem Tod. An deiner Stelle wäre ich da nicht so traurig drüber, erwiderte Clary. Bruder Jeremiah hat mir erzählt, was sie mit euren Toten machen. Sie verbrennen diejenigen, die im Kampf gefallen sind und verwenden die Asche für die Herstellung der Marmorbögen. Das Blut und die Gebeine der Dämonenjäger sind ein machtvoller Schutz gegen das Böse. Selbst über den Tod hinaus dient der Rat der Sache. Hm, sagte Isabel, das gilt als eine Ehre. Außerdem ist es ja nicht so, als ob ihr irdisch in eure Toten nicht einäschern würdet. Das macht es aber nicht weniger unheimlich, dachte Clary. Der vertraute Geruch von Asche und Rauch, den sie schon beim letzten Besuch wahrgenommen hatte, stieg ihr in die Nase. Aber darunter lag noch etwas anderes. Ein schwerer, drückender Gestank wie von verfaulten Früchten. Alec grunzelte die Stirn, als hätte er den Geruch ebenfalls bemerkt und zog eines seiner Engelsschwerter aus dem Waffengurt. Aratiel, flüsterte er, und das Licht der Klinge mischte sich mit dem Schein von Claries Elbenlicht, während sie die zweite Treppe fanden und in die scheinbar noch größere Finsternis hinabstiegen. Der Stein in Claries Hand pulsierte wie ein sterbender Stern und sie fragte sich, ob Elbenlichtsteine jemals ihre Energie verloren, so wie die Batterien von Taschenlampen irgendwann mal nachließen. Sie hoffte inständig, dass dies nicht der Fall war. Die Vorstellung, an diesem unheimlichen Ort plötzlich in völlige Dunkelheit getaucht zu werden, erfüllte sie mit Entsetzen. Als sie den Fuß der Treppe erreichten, wurde der Gestank von faulenden Früchten immer stärker. Vor ihnen lag ein weiterer Tunnel, der sich zu einem rechteckigen Platz verbreiterte, dessen Ecken von Trümmern aus geschnitzten Knochen markiert wurden. Ein Platz, an den Clary sich sehr gut erinnerte. Silberne Sterne waren in den Boden eingelegt und funkelten wie kostbares Konfetti. In der Mitte des Platzes stand ein schwarzer Tisch, auf dessen glatter Oberfläche sich mehrere Lachen aus dunkler Flüssigkeit gebildet hatten, die sich in dünnen Rinnensaalen auf dem Boden ergoss. Als Clary vor den Rad der Bruderschaft getreten war, hatte an der Wand hinter dem Tisch ein riesiges, lubernes Schwert gehangen. Doch jetzt war das Schwert verschwunden, und an seiner Stelle pranken breite, scharlachrote Streifen. Ist das Blut? flüsterte Isabel, allerdings nicht ängstlich, sondern eher erstaunt. Sieht ganz danach aus. Alec ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Die Schatten waren so undurchdringlich wie schwarze Farbe und schienen sich irgendwie zu bewegen. Alec verstärkte seinen Griff um das Heft seiner Seraphklinge. Was kann nur passiert sein? fragte Isabel. Ich dachte immer, die stillen Brüder wären unbesiegbar. Ihre Stimme brach ab, als Clary sich umdrehte. Das Elbenlicht fing seltsame Schatten zwischen den Türmen auf, von denen einer noch merkwürdiger geformt war als die anderen. Mit der Kraft ihrer Gedanken zwang Clary den Elbenstein stärker zu leuchten, und tatsächlich schickte er einen strahlend hellen Lichtschein in die Finsternis. Aufgespießt wie ein Wurm an einem Haken hing der schlaffe Körper eines der stillen Brüder über den Turm. Seine blutüberströmten Hände baumelten knapp über dem Marmorboden. Sein Nacken schien gebrochen. Blut hatte sich unter ihm angesammelt und schimmerte feucht und dunkel im Schein des Elbenlichts. Isabel schnappte nach Luft. Alec, hast du das gesehen? Ja, hab ich. Alecs Stimme klang ernst. Und ich hab schon Schlimmeres gesehen. Aber ich mach mir echt Sorgen um Jace. Isabel trat an den Tisch und fuhr mit den Fingern über die schwarzen Basalt-Oberfläche. Dieses Blut ist noch ganz frisch. Was auch immer hier passiert ist, es kann noch nicht lange her sein. Alec ging auf den aufgespießten Leichnam des stillen Bruders zu. Verschmierte Flecken fuhren von der Blutlache unter seinen leblosen Händen fort. Fußabdrücke. Jemand, der es eilig hatte, sagte Alec und bedeutete dem Mädchen, mit einer Handbewegung ihm zu folgen. Was die beiden auch taten, nachdem Isabel sich kurz das Blut an ihren weichen Lederbeinschienen abgewischt hatte. Die Fußabdrücke führten aus dem Raum in einen engen Tunnel mit einer steilen Treppe, die sich in der Dunkelheit verlor. Als Alec stehen blieb, um die Lage zu sondieren, drängte Terry sich ungeduldig an ihm vorbei und ließ ihren Elbenstein einen hellen, silbrich-weißen Lichtstrahl aussenden. Am Ende des Tunnels erkannte sie nun eine Doppeltür, deren Flügel nur angelehnt waren. Jace. Irgendwie konnte sie spüren, dass er ganz in der Nähe sein musste. Sie fiel in einen leichten Trab und die Absätze ihrer Stiefel heilten laut auf dem harten Boden wieder. Sie hörte, wie Isabel ihr nachrief und dann setzten sie sich auch die beiden Geschwister in Bewegung. Clary stieß die Türen am Ende des Tunnels auf und fand sich in einem großen, gemauerten Raum wieder, der durch eine Reihe von Metallgittern in der Mitte geteilt war. Jenseits der Gitterstäbe entdeckte sie eine zusammengesunkene Gestalt und direkt vor dieser Zelle lag der schlaffe Körper eines stillen Bruders. Clary wusste instinktiv, dass er tot war. Sie erkannte es an der Art und Weise, wie er da lag, wie eine Puppe, deren Gliedmaßen und Gelenke man so lange verdreht hatte, bis sie brachen. Seine pergamentfarbene Robe war völlig zerrissen, aber sein vernarbtes Gesicht, auf dem sich ein Ausdruck namenlosen Entsetzen spiegelte, ließ sich noch erkennen. Es war Bruder Jeremiah. Clary schob sich an dem Leichnam vorbei zur Zellentür. Sie bestand aus engen, beieinander stehenden Metallstäben und hing auf einer Seite in Angeln. Allerdings konnte Clary nirgendwo ein Schloss oder ein Türgriff erkennen. Sie hörte Alec hinter sich rufen, aber sie richtete ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Tür. Natürlich besaß die Zelle keinen offensichtlichen Öffnungsmechanismus, erkannte sie schlagartig. Die Bruderschaft beschäftigte sich nicht mit dem Sichtbaren, sondern mit den Dingen, die nicht auf den ersten Blick zu sehen waren. Während sie in einer Hand das Elbenlicht hielt, suchte sie mit der anderen fieberhaft nach der Stähle ihrer Mutter. Plötzlich ertönte von der anderen Seite des Gitters ein Geräusch. Eine Art gedämpftes Stöhnen oder Flüstern. Clary war sich nicht sicher, worum es sich handelte, aber sie erkannte die Quelle sofort. Jace. Hastig richtete sie sich mit der Spitze der Stähle in die Stäbe und versuchte, sich die Rune zum Entriegeln von Türen vor Augen zu rufen. Schwarz und zackig zeichnete sie sich auf dem harten Metall ab. Das Elektrum zischte, als die Stähle darüber fuhr. Öffne dich, flähte Clary stumm. Öffne dich endlich! Ein Geräusch wie reißender Stoff erfüllte den Raum. Clary hörte, wie Isabelle aufschrie, als die Tür mit einem Knall aus den Angeln flog und wie eine Zugbrücke in die Zelle krachte. Dann hörte sie weitere Geräusche von Metall, das sich vom anderen Metall löste und ein lautes Rassel wie von Kieselstein, die auf harten Boden prasselten. Sie tauchte durch die Öffnung in dem Gitter hindurch und stieg über die wackelnde Zellentür. Der Elbenstein erfüllte die Zelle mit einem strahlend hellen Licht. Nur aus den Augenwinkeln bemerkte Clary die zahlreichen Handfesseln aus den unterschiedlichsten Materialien, Gold, Silber, Stahl und Eisen, die sich aus den Wandhalterungen gelöst hatten und über den Steinboden verstreut lagen. Ihr Blick ruhte auf den zusammengesackten Gestalt in der Ecke. Sie konnte die hellen Haare erkennen, die ausgestreckte Hand, die Handfessel, die ein paar Schritte entfernt lag. Sein Handgelenk war blutig und aufgescheuert, die Haut mit hässlichen Flecken und Wunden übersät. Sofort kniete sie sich neben ihn, legte die Stähle beiseite und drehte die Gestalt behutsam auf den Rücken. Es war tatsächlich Chase. Auf seiner Wange prangte ein weiterer blauer Fleck und sein Gesicht war sehr bleich, aber sie konnte eine zuckende Bewegung unter seinen Augenlidern erkennen und die Ader an seinem Hals posierte gleichmäßig. Er lebte. Eine heiße Woge der Erleichterung erfasste sie, löste die Anspannung, die sie so lange in ihren eisernen Griff gehalten hatte. Der Elbenstein fiel neben ihr auf den Boden, wo er weiterhin sein taghältes Licht ausstrahlte. Sanft und mit einer Zärtlichkeit, die ihr bis dahin fremd gewesen war, strich sie Chase die Haare aus der Stirn. Schließlich hatte sie nie irgendwelche Geschwister gehabt, nicht einmal ein Cousin oder eine Cousine. Und sie hatte nie die Gelegenheit gehabt, jemanden eine Wunde zu verbinden, ein aufgeschlagenes Knie mit Küsschen zu heilen oder sich in irgendeiner Form um einen anderen Menschen zu kümmern. Aber es war in Ordnung, dass sie diese Gefühle für Chase empfand, sagte sie sich, als sie sich nicht dazu bringen konnte, ihre Hand wegzuziehen, obwohl Chase Lieder zuckten und er leise stöhnte. Schließlich war er ihr Bruder. Warum sollte sie sich keine Sorgen darum machen, was mit ihm passiert war? In dem Moment schlug Chase die Augen auf. Seine Pupillen waren riesig, stark erweitert. Vielleicht hatte er sich ja den Kopf gestoßen. Sein Blick heftete sich auf ihr Gesicht und betrachtete sie verwirrt. Larry, murmelte er, was machst du denn hier? Ich bin hierher gekommen, um dich zu suchen, sagte sie schlicht, weil das die Wahrheit war. Sein Gesicht verzog sich in einem Krampf. Du bist wirklich hier? Dann bin ich also nicht tot? Nein, beruhigte sie ihn und strich ihm mit der Hand über das Gesicht. Du hast das Bewusstsein verloren, das ist schon alles. Wahrscheinlich bist du auch noch mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Seine Hand legte sich über ihre, die noch auf seiner Wange ruhte. Das war es wert, sagte er so leise, dass Clary sich nicht sicher war, ob er das wirklich gesagt hatte. Was ist passiert? Alec tauchte durch die niedrige Öffnung der Tür, dicht gefolgt von Isabelle. Sofort riss Clary ihre Hand zurück und verfluchte sich dann stumm. Schließlich hatte sie doch gar nichts Unrechtes getan. Mühsam versuchte Jace, sich in eine sitzende Position zu bringen. Sein Gesicht wirkte aschgrau und sein T-Shirt war mit Blutspritzern übersät. Alec musterte ihn mit besorgter Miene. Alles in Ordnung mit dir? fragte er und kniete sich neben Jace. Was ist passiert? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Jace hielt seine unverletzte Hand hoch. Langsam, Alec, eine Frage nach der anderen. Mein Kopf fühlt sich eh schon an, als würde er jeden Moment explodieren. Wer hat dir das angetan? Isabelle klang sowohl bestürzt als auch wütend. Niemand hat mir irgendwas angetan. Das war ich selbst, als ich versucht habe, meine Hand aus der Fessel zu befreien. Jace warf einen Blick auf sein Handgelenk und zuckte zusammen. Es sah aus, als hätte er fast die gesamte Haut abgeschabt. Warte, ich helfe dir, sagten Clary und Alec wie aus einem Mund und griffen nach seiner Hand. Ihre Blicke trafen sich und Clary zog ihre Hand als erste zurück. Alec nahm Jace Gelenk und zuckte seine Stähle. Mit ein paar raschen Handbewegungen zeichnete er eine Iratze, eine Heilruhne, direkt unterhalb der aufgescheuerten Haut. Danke, sagte Jace und zog seine Hand zurück. Die Wunde an seinem Gelenk begann bereits sich zu schließen. Bruder Jeremiah ist tot, sagte Clary. Ich weiß. Jace ignorierte Alecs ausgestreckte Hand und rappelte sich ohne Hilfe auf, wobei er sich an der Mauer abstützte. Er wurde ermordet. Haben die stillen Brüder sich gegenseitig getötet? fragte Isabel. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum sie sowas getan haben. Das haben sie auch nicht, erwähnte Jace. Irgendetwas anderes hat sie umgebracht, aber ich weiß nicht was. Erneut verzerrte ein Krampf sein Gesicht. Mein Kopf. Vielleicht sollten wir lieber verschwinden, sagte Clary nervös, ehe das, was die Bruder getötet hat, zurückkommt und uns auch anfällt, ergänzte Jace. Er schaute an sich herab auf sein blutiges T-Shirt und seine verletzte Hand. Ich glaube, es ist fort, aber vermutlich könnte es jederzeit wieder auftauchen lassen. Wer könnte was wieder auftauchen lassen, hakte Alec nach. Doch Jace schwieg. Sein Gesicht war nun kreidebleich. Alec fing ihn auf, als er die Mauer hinunter zu rutschen begann. Jace. Mir geht's gut, protestierte Jace, aber seine Hand umklammerte Alecs Ärmel. Ich kann stehen. Für mich sieht das eher so aus, als würdest du die Mauer dazu nutzen, dich aufrechtzuhalten. Das ist nicht meine Definition von stehen. Das nennt man Lehnen, belehrte Jace ihn, und Lehnen kommt direkt vor stehen. Hört auf zu streiten, sagte Isabelle und trat eine verloschene Fackel aus dem Weg. Wir müssen sehen, dass wir hier wegkommen. Wenn da draußen irgendetwas herumrennt, das in der Lage ist, die stillen Brüder zu töten, dann wird es mit uns kurz einen Prozess machen. Izzy hat recht. Wir sollten aufbrechen. Clary nahm ihr Elbenlicht und stand auf. Jace, kannst du gehen? Er kann sich auf mich stützen. Alec legte Jace' Arm um seine Schultern und Jace lehnte sich stark gegen ihn. Komm, sagte Alec behutsam, wir biegen dich schon wieder hin, wenn wir erstmal hier raus sind. Langsam bewegten sie sich zur Zellentür, wo Jace stehen blieb und auf die Gestalt vom Bruder Jeremiah hinabblickte. Isabel kniete sich neben den Leichnam auf den Steinboden und zog die braune Kapuze seiner Robe über sein verzerrtes Gesicht. Als sie sich wieder aufrichtete, lag ein ernster Ausdruck auf den Minen der Vier. Ich hab noch nie gesehen, dass ein stiller Bruder jemals Angst gehabt hätte, sagte Alec. Ich dachte, sie könnten gar keine Furcht empfinden. Jeder empfindet Furcht. Jace war noch immer sehr blass und obwohl er die verletzte Hand gegen seine Brust drückte, nahm Clary nicht an, dass er dies wegen körperlicher Schmerzen tat. Er wirkte distanziert, als hätte er sich in sich zurückgezogen, als würde er irgendetwas verbergen. Sie machten sich auf den Weg durch den dunklen Gang und stiegen die steile Treppe hinauf, die zum Platz mit den sprechenden Sternen führte. Als sie aus dem Tempel traten, bemerkte Clary einen schweren Geruch von Blut und verbrannter Haut, der ihr auf dem Hinweg nicht aufgefallen war. Jace, der sich auf Alec stützte, schaute sich mit einer Mischung aus Entsetzen und Verwirrung um. Clary sah, dass er in Richtung der Wand starrte, die von oben bis unten mit Blut bespritzt war. Jace, schau nicht hin, sagte sie besorgt und kam sich im nächsten Moment ziemlich dumm vor. Schließlich war er ein Dämonenjäger und hatte garantiert schon Schlimmeres gesehen. Jace schüttelte den Kopf. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hier stimmt überhaupt nichts. Alec deutete mit dem Kopf auf dem Wald aus Marmorbögen, der von dem Platz fortführte. Das da ist der schnellste Weg nach oben. Lass uns von hier verschwinden. Schweigend machten sie sich auf den Rückweg durch die Stadt der Stille. Jeder Schatten schien sich zu bewegen, als verberge die Dunkelheit unheimliche Kreaturen, die nur darauf warteten, sich auf sie zu stürzen. Isabel flüsterte leise etwas vor sich hin. Obwohl Clary die Worte nicht deutlich unterscheiden konnte, erschienen sie ihr wie eine fremde Sprache. Eine alte Sprache, möglicherweise Latein. Als sie die Treppen erreichten, die aus der stillen Stadt hinausführten, stieß Clary einen stummen Seufzer der Erleichterung aus. Die Stadt der Stille mochte einst atemberaubend gewesen sein, aber jetzt war sie nur noch beängstigend. Kurz vor dem obersten Treppenabsatz blitzte ihr plötzlich ein grelles Licht ins Gesicht und ließ sie überrascht aufschreien. Schwach erkannte sie die Konturen der Engelstatue, die von einem strahlend goldenen Licht umgeben wurde, das so hell wie Tageslicht leuchtete. Erstaunt sah Clary sich zu den anderen um, die aber genauso verwirrt wirkten. Das kann doch nicht der Sonnenaufgang sein, oder? murmelte Isabel. Wie lange waren wir denn da unten? Alec warf einen Blick auf seine Uhr. Nicht sehr lange. Jace murmelte etwas, aber er sprach zu leise für die anderen. Alec beugte sich vor. Was hast du gesagt? Elbenlicht, wiederholte Jace, diesmal jedoch lauter. Isabel rannte die restlichen Stufen hinauf, dicht gefolgt von Clary, während Alec Jace mühsam die Treppe hinauf half. Oben angekommen blieb Isabel ruckartig und wie angewurzelt stehen. Clary rief ihren Namen, doch sie reagierte nicht. Sekundenbruchteile später stand Clary neben ihr und starrte ebenfalls sprachlos auf das Bild, das sich hier bot. Auf dem Friedhof wimmelte es vor Schattenjägern. Es waren mindestens 20, vielleicht sogar 30, allesamt in voller Kampfmontur, mit schwarzen Runen übersät und jeweils einem gleißenden Elbenlichtstein in der Hand. Am Kopf der Truppe stand Maryse in schwarzer Schattenjägerkleidung und einem dunklen Umhang mit zurückgeschlagener Kapuze. Hinter ihr hatten sich Dutzende von Fremden aufgestellt. Männer und Frauen, die Clary noch nie gesehen hatte, die aber alle die Male der Nephilim auf ihren Armen und Gesichtern trugen. Einer von ihnen, ein attraktiver Mann mit eben holzschwarzener Haut, schaute nun an Maryse vorbei und starrte erst Clary und Isabelle, dann Jace und Alec an, die die letzten Stufen geschafft hatten und nun überraschten, dass krelle Licht blinzelten. Beim Erzengel, stieß der Mann hervor, Maryse, da war schon jemand unten. Maryse wirbelte herum und schnappte nach Luft, als sie Isabelle sah. Dann schloss sie den Mund und presste ihre Lippen zu einer dünnen, weißen Linie zusammen, die sich wie ein Kreidestrich über ihr Gesicht zog. Ich sehe es, Malek, sagte sie, das sind meine Kinder.